So, nächster Run. Run, run. Wir sind Fußball ausgegangen. Gebt mal durch. Ich würde den Garben gerne bei einer entspannen sehen. Entspannen. Besonders entspannen bei einer Runde, lol. Nein, das ist mir, glaube ich, zu hektisch, lol. Das ist mir, glaube ich, zu hektisch. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe mal Dota. Okay. Glass Cannon, gleich weg. Nichts fürs Drehen. A Streak. Zwei Herzchen. Oh, gut Damage. Nice. Das war sehr guter Damage, ja. Das hat der... Darf ja auch mal Vorteile haben, ne? Dass man durch Items auch ein bisschen Damage dazu bekommt. Nur gib mir ein anderes Space-Item, bitte. Ich habe da kein Bock drauf. Wie ist denn eigentlich... Ich kriege doch... Ich werde doch auf ein Herzchen runtergesetzt. Und dann... Bleibt das dann auf einem Herzen? Ich glaube, Kili spielt ein bisschen lol, ja. Aber der hat gespielt. Ich habe zumindest mitbekommen, wie er bei Greyon im Stream des Öfteren Sachen gesagt hat, die ich nicht verstehe. So eine komische LOL-Sprache. Also gehe ich mal davon aus, ja. Ah, ich drinnen da nicht rein. Ich habe keinen Schlüssel. Jetzt die roten Herzchen auf die Hälfte. Ich habe gedacht, auf eins runter. Und jetzt war Yves Mascara, oder? Ne, Yves Mascara macht einfach nur eine... ...super langsame Tierrate. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich beide Items eh nie nutze. Also... Geschichte. Mit jedem Wort. Setz du sie vor. Die, 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 die. Achso. Letztes Mal alle verloren. Und das waren, glaube ich, schwarze Herzen. Also ich meine auch, dass es runtersetzt. Ja. Hiya, Bubu. Grüß dich. Könnte Cricket's Head drin sein, ne? Das ist auch nicht besser, aber es zieht mir wenigstens nicht alle Herzen ab. Reibsgeschichte. Einfach ein sehr netter Boss. Unsinnsebene. Er ändert sich auf ein halbes Herz sogar. Und Curse of the Darkness. Sehr schön. Keine Bomben, keiner nichts. Läuft. Wer sich dieses Ding ausgedacht hat, war auch ein Sadist. Diesen Raum. Alter! Naja, ich kann lange mit meinem Damage und meinen Dingskirchen da leben, ne? Das ist schon in Ordnung. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, das ist gar nicht so schlecht eigentlich, das Vieh, was ich da habe. Ist eigentlich fast identisch mit Little Brimstone, aber Little Brimstone ist schon noch besser. Das ist der, der gar nichts kann, der immer nur diese Teile spuckt. Okay. AP-technisch haben wir kein Problem, jetzt gib mir bitte einen schönen Devil Deal. Oh. Oh. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist egal. Jetzt kostet er nämlich drei. Er gibt mir aber auch wieder zurück. Also ist vollkommen wurscht. Das ist mal ein fetter Devil Deal gewesen. Na? Na? I like, I like. Junge, Junge. First of the Labyrinth XL. Okay. Ahaha. Was ist das hier? Guck mal. Den Schlüssel kann ich holen. Toll. Und das Herzchen da ist kein Stein. Toll, danke. Okay. What? Ach, das ist ja XL, ne? Deswegen sieht das hier so komisch aus. Ich glaube, ich spiele eine Runde LOL. Dann kann ich den... Was, dann kann ich dem einen entkommen? Ach so. Aber du musst da bleiben und skippen, damit wir wissen, ob das funktioniert. Oh Gott, dass das Ding schon so schnell explodiert, habe ich jetzt nicht gedacht. Toll. Guck mal, wie groß der ist da oben. Trotzdem tot. Nice. Okay. Mücke hier. So eine Mini-Mücke. Wenn du Fruchtpflege. Ich muss auch noch den Steam-Code einlösen. Scheiße. Scheiße. Habe ich vergessen. Ich habe mir so Divinity Original Sin im Sonderangebot Dings da gekauft. Aber das ist kein Spiel für den Stream. Das spiele ich mal ab und zu gemütlich. Das erste, nicht das neue. Das erste. Ich will erst das erste spielen. Als gemütliches Spiel. Aber das kannst du im Stream nicht spielen. Das ist zu langweilig für den Stream. Ja, Pony Island. Genau. Ich habe gar nicht geguckt. So viel zu tun in den letzten Tagen. Ich bin zu nichts gekommen. Aber ich habe es nicht vergessen. Shit. Na ja, müssen wir gucken, dass das nicht wieder beim letzten Mal geht. Dass so langsam die Herzchen runtergehen. Und gar nichts passiert. Und ich irgendwann einfach verrecke. Wieder ein Spiel gegönnt. Persona. Oh, sowas geht gar nicht. Meiner Meinung nach. Für mich. Für mich geht es gar nicht. Der Pony Island gehört jetzt mir. Das habe ich geschenkt bekommen. Was? Wie unfair. Natürlich. Ich muss mich das Ding nochmal treffen. Okay. Okay, den Shop brauche ich schon noch, ne? Leute, wir müssen langsam machen. Okay. Okay. Das ist nicht der Shop. Ja, das ist der Shop. Oh, nice. Du kannst zwei Space Items nehmen. Super. Bringt's voll, ne? Oh, shit. Okay. Ich muss jetzt echt ganz da durch nochmal machen. Schönen, schönen Song habt ihr da gemacht. Okay. Echt gut. Kannte Persona vorher gar nicht. Aber Atlas haben mich mit Toreen so überrascht. Okay. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Soll ja alles, soll ja sehr gut sein, ne? Aber Oh Gott, hat der gleich losgeschaut. Warum schießt der denn gleich los? Na, mal wartet der doch immer. Oh, nice. Perfekt. Ich bin hier in der Ecke. Oh, scheiße. Das ist wichtig. Komm weiter. Was ist denn? Das ist denn grenzgenial. Bis denn. Lock. Down. Down. Das ist ein Grenzgenial. Genial durchgeknallt. Das ist ein Grenzgenial. 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 So, euer Einsatz, Jungs. Warum kommt bei mir das? Gucken, ob das funktioniert. Wir müssen, glaube ich, fünf machen. Kommt das denn bei euch? Warum kommt das bei euch nicht? Korbinski will das nicht hören? Nein. Nein. Fünf Subs. Wir müssen das machen. Oh, vier Batteries und ich habe nichts zum Aufnehmen. Schade. Ja, Kili noch und dann wäre sie durch. Das Thema. Wahrscheinlich. So lange bleibt es leider. Okay. Also, schlimm ist das Lied ja gar nicht. Also, muss man ja ehrlich sagen. Das ist natürlich schon ein Lied, wo du sagst, musst du jetzt nicht hören. Aber, also da gibt es Schlimmeres. Was ist denn der Debs 1, ne? Okay. Natürlich. Ich habe gedacht, die gehen immer runter. Sie ist wiss. Bis später vielleicht. Bis später vielleicht. Oh Gott, jetzt geht es los. Was habe ich denn gerade aufgenommen? Oh, mal wieder Kohle. Seit Ewigkeiten mal wieder Kohle. Danke. Hier ist ein Geheimgang? Okay. Dann wahrscheinlich oben drunter oder unten drunter? Dann unten drunter. Du bist so spät, Tini. Zu spät. Als Unerfahrener weißt du das nicht, aber rechts am Bildschirm siehst du die letzten zehn Items, die du aufgenommen hast. Ja, so heiß. Deswegen habe ich ja gerade gesagt. Die Screw. Okay. Jetzt macht er Skip. Bei Helene macht er keinen Skip. Ich brauche eine Bombe. Eine Bombe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hab ich nicht mitgekriegt. Einmal der Fallstelle Flugscheine. Ha! Moses. Du liegst so oft recht, du darfst auch mal daneben liegen. Kommt mir nur zugute. Wer so fleißig kommentiert auf YouTube, der darf auch mal was falsch machen. Das ist ja echt so grauenhaft. Das ist so Mucke. Wahnsinn. Das Schlimme ist, dass man mit sowas richtig Geld verdienen kann. Und das ist echt grauenhaft. Aber gut. Es ist in allen Branchen so, ne? Ich ziehe YouTube. Leon Maché und so. Kennt auch jeder. Ist absolut scheiße. Trotzdem verdient der junge Arsch viel Geld damit. Leoma wäre. Hier, das hast du gesungen. Es gibt Hilfe. Nein, jetzt passt es doch wieder. Jetzt ist alles gut, ne? Oh Gott, das ist auch ein fieser Raum hier. Den kenn... Oh, shit. Den kenn ich gar nicht. Weil wir haben gut Damage. Gut Damage, gut Herzen, alles machen. Okay. Ja, der Shop fehlt noch, ne? Da ist er. Echt? Ich bin nur hier rein wegen dem, äh, super Geheimraum. Weil es die noch nicht gab bisher. Ja, die zwei anderen Items, die da jetzt waren im Shop, das ist nicht, äh. Komm, noch ein Stückchen. Gut. Jetzt geht er, die rote Mom. Naja, ist ja in Ordnung. Oh. So, und weiter. Vielleicht bleiben wir auch doch heute komplett... Ich weiß noch nicht, ob wir nachher noch Dings spielen sollen. Naja, ist ja noch lange Zeit, ne? Nein. Auah. Auah. Mensch, war das schlecht. Komm, den machen wir auch noch mit. Nehmen wir so viel Leben. Ja, ich weiß, einige würde es schon freuen. Einfach mal gucken, wie es läuft. Einfach mal gucken, wie es läuft. Weil ich merke, Isaac wird problematisch von der Konzentration her, geht zu Dark Souls. Wo man ja überhaupt keine Konzentration braucht, ne? Ach, es gibt... Ich bin ja in... Debs... Äh, ich bin ja in... In Rooms schon. Ich hab eben gedacht, ich geh mal hier runter. Wegen dem schwarzen Herzen natürlich und weil ich den Itemraum suche. Aber es gibt ja egal. Guck mal. Jetzt sind wir hier runtergegangen, ne? Ja, nehmen wir lieber hoch. Ach stimmt, das ist ja offen. Dann scheiß ich drauf. Dark Souls verlängert allerdings sterbend den Streak. Anstatt ihn zu beenden. Den Deathstreak meinst du, oder was? Ach echt, jetzt lass mich doch mal... Lass mich doch mal da oben rein jetzt. Ich hab doch nicht so viel Bomben. Und dann will ich wenigstens das auch nutzen. Ja, ich weiß, dass da ein Geheimraum ist. Ich will doch nur hier... Ohne dran, ne? Ganz ehrlich, da müssen wir jetzt irgendwie noch eine... Eine Karte finden. Oder so. Vielleicht kriegen wir beim Boss was. Voll reingerauscht. Oh, ich darf den noch loaden jetzt. Ja. Brauch' ne Bombe. Shit. Ich komm da nicht rein und bin... Bringt auch nix. Scheiße. Unfair, ne? Was soll ich machen? Ich würde sagen, gehen niemals ohne eine Bombe zum Boss, aber... Was will's denn? Warte, will's denn? Kaum ne Bombe jetzt. Ach man. Oh, du bist... und hängt man bitte The Moon. Nein, ich brauche einen Hankman. Ob ist es schon mal gut? Wir kommen in den Supergeheimraum, aber so einen Hankman wäre schon ganz nice jetzt. Hankman, Hankman. Scheiße. Wir können keine Karten so drin sein, ne? Aber ein paar Herzen noch oder sowas. Ah, guck mal. Schade. Wäre jetzt geil gewesen. Ich habe noch mal eine Chance auf einen Hankman. Und weiter geht's. Petro. Scheiße, ich habe den Boss Boss Item schon geholt. Noch ein Sack. Oh, 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 oh. Komm schon, Hankman. Death? Nein? Death? Hermit. Chera. Oh, Mann. Mach das kaputt. Danke. Könnte das rerollen, werde ich auch machen. Nein, ich kann es noch rerollen, aber dann muss ich raus und wieder rein. Warum habe ich es eigentlich nicht verdoppelt gerade? Hankman für Shielded Tears. Ich habe gerade keinen Schaden bekommen. Schade. 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 Ich bin verwirrt gerade. Two of Clubs. Bei Priestess bringt mir auch nichts. Schade. Kein Schaden gegen... Was denn? COTM. 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 Wie meinst du, kein Schaden wegen... Wie meinst du das? Verstehe ich nicht ganz. COTM. 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 Ich habe wieder ein kleines bisschen Frame-Verlust. Kleines, kleines bisschen. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Leute, bitte. Ich komme nicht rein. 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 Ach wegen Curls of the Mace kein Schaden. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, das kann sein. Glück gehabt einfach. Und er ist noch offen. Na dann, hallo. Okay. Wenn du aus dem Curlsraum rausgehst und dich Raum wechselt, teleportiert. Genau. Ich habe es verstanden. Ich musste lange drüber nachdenken, aber ich habe es verstanden. Okay. Ja. Hat es doch gelohnt, um mal alles abzusuchen, eine Bombe zu bekommen, so. Scheiß den Schlaf, ja. Ah, ich kann ja fliegen. Und hier ist irgendwo ein... Hier vielleicht? Nö. Andere Seite. Mörder-Devil-Deal, ja. Denitiv. Habe ich mir auch hart erfahren. Ah. 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 Ja, weil ich zu blöd war, daran zu denken, dass ich jetzt plötzlich fliegen kann. Na? Ja. Ganz einfach. Deswegen. Ich war so froh über diesen Devil-Deal. Das wäre natürlich der grönende Abschluss dieser fetten Ebene gewesen. Naja. Willste machen. Ah. 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 Und. Neue complet,neuebo till Celtic. Oh. Am Anfang. Wisset ihr lässt sich um. Ach, alles hat schon bei allem im Kaffee Projekats regresp surprigt. Okay. ern. Okay. Ah, was sag ich хочешь. Das war's für heute. blöder raum und nicht fliegen kannst den tiefen blöder raum ist halt geil fliegen plus spektral tier ist eine der geilsten kombis ganz ehrlich ich ja noch mal zurück latschen loge doch an die kiste dran ich bin zu schnell ich mache schon gut der menschen ja so ja 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 sehr cool ist immer wieder gerne schön vorbeigeworfen die Dinger hier, schade naja, der war besser zack, schon ist er tot oh das ist auf der blind so, alter gehts ne und press, ok ok temperance aber wir nehmen alles mit was geht ne, safe is safe ah wir sehen wie die die spinne raus geschossen hat ja weg mit dem das war eine sackgasse so super heimraum sogar nice ja vielleicht portet mich munia direkt zum boss irgendwo anscheinend nicht läuft jetzt hier doch zum boss dank 5 easy peasy das macht nur meine tierrate das ist wurscht ne aus goil goil hätte ich den run vorhin jetzt so blöd versemmelt wären wäre es schon wieder bei 6 ne was willst du machen gg gobi da bin kurz pipi machen bis gleich das ist 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 das ist